So, jetzt erstmal ein schöner Espresso am Morgen. Ah, den sehe ich denn da? Ja, der Thorsten! Andreas! Was machst denn du im edlen Altbogenhausen? Termine, Termine! Ja, wie immer. Du, dann schaust schnell rein! Gerne! Bis gleich! So Thorsten, ja dann, immer rein spaziert! Ja, grüß dich! Du übrigens schicker Eingangsbereich. Lift, alles da. Ja komm, ich zeig dir die Wohnung. Ja, pack mal's! Das Hacker & Glass präsentiert Ihnen heute ein ganz besonderes Schmankerl. Eine Einzimmer-Apartment-Wohnung in Top-Lage Altbogenhausen. Ja, zu meiner Linken das weiß gefließte Bad mit Wanne und Handtuchheizkörper. Und ich befinde mich in der Diele. Hier gibt es auch die Möglichkeit, selbstverständlich eine Garderobe zu errichten. Die Wohnung hat sehr schöne, weiß lackierte Kassettentüren mit Glas in dem Fall. Und im Wohn-Schlafbereich haben wir einen Laminatfußboden. Eichenparkettoptik, dunkel. Ja, und hier in Westausrichtung sehen Sie die bodentiefen Fenstern zweifach verglast, holzlackiert. Ja, und im linken Bereich gibt es dann noch diese schöne Saiko-Einbauküche, neuwertig, mit Milchglas, Oberschränken und diesen Spots. Außerdem hat die Wohnung hier diese Schiebeläden. Und wir verfügen über einen großen Tiefgaragen-Einzelstellplatz und ein Kellerabteil mit ca. 5 Quadratmetern. Wenn Sie an einer so seltenen Immobilie Interesse haben, in einer gehobenen Wohnanlage, dann kommen Sie auf uns zu. Weitere Informationen gibt es auch auf unserer Webseite. Ihr Hacker und Glasteam 1, 2, 3, 3, 4, 5 Quadratmetern.